Emergency Call Corona-Fall Nein, nein, nein Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal Wir werden heute mal... Ja, also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich das mache, aber... Wird sich doch zeigen, ob das eine gute Idee war Auf jeden Fall wird Jan bzw. Gisela heute mal 10 Minuten... Quarantäne Tag 9, uns gehen die Ideen aus 10 Minuten die Chance kriegen, einfach alles in meinem Handy zu machen Und ich darf nichts dagegen unternehmen Nein Einfach nicht Das einzige, wo ich dagegen lenken werde, ist, wenn du den Notruf aus... Ja, okay, das ist auch richtig so Aber sonst ist alles erlaubt Auch wenn ich es anlecker So Leute, ich hoffe, es wird nicht ganz so viel Schlimmes passieren Und wir wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video wie immer 3, 2, 1... Ich hab Angst, ich hab wirklich... Sexy Fotos an die Kachbar Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Nein! Nein! Ich... Alle! Alle! Ja, also Gisela verschickt gerade ein wunderschönes Foto und alle machen Snapchat-Kontakt Ja! Ja, er wills Donkey, ha 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 Nein! Sorry! Nein! Ach! Sag mal, was für die Latina-Schlampa... Hallo, hallo... Was? Die dreckige, dreckige Latina... Nein! Vielleicht sollte ich die Zeit mal nutzen, wenn du grad ein Video machst, um zu sagen, dass wir grad ein Video aufnehmen Also mal gucken, wer geantwortet hat Also unser Kameramann ist schon mal ein bisschen verstört Schön, dass du es auch meiner Ex-Freundin gesendet hast Die hat sich wahrscheinlich richtig gefreut Geil, welche Kartbar meinst du denn? Sag ich dir nicht Hey Siri, öffne Instagram Jetzt wird es lustiger Finger weg, das ist mein, das ist mein Nein, keine Story Nein, ich mach keines dafür Du postest doch nicht gerade ein Foto Nein Ja Oh nein, du hast das nicht wirklich gepostet Ein schönes Gesicht habe ich gepostet Ein wundervolles Gesicht Ja, ein wundervolles Gesicht So wundervoll, wundervoll Was habe ich getan? Hey Siri, rufe Angelika an Nein, nicht die Mutter von meiner Ex-Freundin, bitte nicht Einen Moment, okay Angelika Mein Gott, du darfst nichts machen Du musst entscheiden, ob du aufwächst oder nicht Hab ich Danke Hey Siri, versende ein Nacktbild an Angelika Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht Senden Nein, 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 bitte nicht Senden Nein, bitte nicht Nein, bitte mach es nicht Kriegst du mich, Santa? Weiter Nein, ich will Boah Ich beleidige Leute in den Storys Nein, wen? Du hässliche Ja, ja Kachbar Oh mein Gott, das ist unangenehm Hey Siri, sende eine Nachricht an Marion Das ist doch deine Mutter Ja Was möchtest du sagen? Ein Nacktbild Sie wurde gesendet Hey Siri, öffne Apple Pay Ich brauche einen Flug nach Bilbao jetzt Die Kassen sind ja eh offen Was? Nach Bilbao? Ja, du geiler Hey Siri, schicke eine Nachricht an Revi Dummes Arschkind Hä? Deine Nachricht an Revi Nein, du konntest ja nicht Sebastian so was schicken Gisela hat gerade einfach Revi eine Nachricht geschickt Und hat geschrieben, du dummes Arschkind Deine Mutter hat geschrieben, was für ein Bild Und die nur sogar mit zwei Fragezeichen Du alte Kachbar Papa braucht neue Schuhe Nein Doch Er bestellt sich jetzt einfach neue Schuhe bei meinen Amazon Ja Ja, Mikrofonzugriff erlauben Hä? Oh nein Ich suche Schuhe von Giorgio Armani Nein Uhren für Männer Oh, schick schön In den Einkaufswagen Soll ich dafür sorgen, dass es nicht monetarisiert wird? XXL Dildo Dildo Ich glaube, das ist die perfekte Latexanzug Um das Video zu beenden Oh, das mag die Nein, bitte nicht kaufen Das ist doch schon zu spät Du kriegst jetzt die gleiche Uhr wie ich Und den Latexanzug Öffne Whatsapp Jetzt passieren schlimme Sachen 1, 1, 2 Nein Nein, du kriegst mein Gesicht nicht Das will auch keiner Das geht Das geht Hey Siri Überweise 1.000 Euro an Jan Sparkasse konnte Nein, nein, nein Er soll das Geld bekommen Jan Jan kriegt das Geld Tina Tequila Hey Siri Corona-Alarm Er macht einfach die Uhr auf Ich weck dich mal schön auf Ich hoffe, ich vergesse, ich die Wecker wieder auszumachen Ich hoffe, du vergisst es bis an dein Lebensende Was? Ha? Oh nein Sende eine Sprachnachricht an Du bist eine geile Stute Deine Nachricht an Du blödes Stück Nimm ein Video auf Innenkamera Was? Was ist alles sinnvoll? Ja Der Tim mag es gerne Doggy von den Roten Öffne Instagram Nein Doch Also das geht echt nicht Nein, das geht wirklich nicht Öffne Instagram Nein, wir haben Witz Leute, ich hab Angst Ich hab einfach nur Angst Gisela hat einfach gerade die Koffe Das ist diabolisch Es passieren so ungute Dinge Ungute Dinge werden passieren Du postest das nicht Nein, das kannst du nicht posten Das ist gepostet Es ist geschehen Was ist, welches ist das? Lass es geschehen Welches ist das? Bitte mag es gerne Doggy von den Roten Oh mein Gott Nee Bitte mag es gerne Doggy von den Roten Hast du eigentlich schon Follower verloren? Oh mein Gott Das ist doch schlimm Rufe Herr Klein an Nein, nein Nein, das geht nicht Bitte, das geht nicht Deine Nachricht an Herr Klein sagt nein 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 Du hast, oh mein Gott Du hast das gesendet Du hast auf senden gedrückt Ja Nein, das stand da Nein, das geht nicht Nein Oh mein Gott Mein Direktor Hey Siri Sende eine Nachricht an Herr Klein Was möchtest du sagen? Nein, nochmal können wir das nicht machen Ich habe bei dir nichts gelernt Nein, nochmal können wir das nicht machen Du darfst nicht eingreifen Deine Tutsche Dann willst du nochmal geht das nicht Rufe Herr Klein an Nein Wir klären das jetzt Nein Wir klären das An wen soll sie gesendet werden? An wen soll sie gesendet werden? An Herr Klein Nein, bitte hör auf Hör auf bitte Nein Herr Klein Okay, sie wurde gesendet Siri ruft Herr Klein an Wir klären uns jetzt Und jetzt sagt er Nein, Herr Klein Nein, hör bitte auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Oh nein 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 Bitte tu es nicht Ich verschicke es Nein, du darfst Verschicken doch nicht Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Du hast du das gerade geschickt Nein Boah nein Warum? Alles klar Alles klar Hitler Welche War das denn? Die Befreundete oder die Bumsibumse? Sende eine Nachricht an Boah, waren sie die 10 Minuten um? Waren sie denn nicht die 10 Minuten um? Was möchtest du sagen? Das ist die falsche Tutsch Ich werde sie nicht senden Nein, ich meine Absicht Hey Siri, sende eine Nachricht an Luca. Was möchtest du sagen? Ich bin jetzt Gladbach-Fan. Nein, du hast es gesendet. Luca hat gerade einfach geantwortet, du bist gestorben für mich. Ich bin jetzt Gladbach-Fan, Corncrafter, nein. Dann hat er geantwortet, du bist gestorben für mich. Hast du auch Angst? So Freunde, ich glaube das war für mich so ziemlich das unangenehmste Video, was hätte passieren können. Es bereutete mir große Freude. Ja, das habe ich gemerkt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, wenn ihr mal wollt, dass ich mal das Handy benutze für 10 Minuten oder so. Können wir auch machen, ich muss vorher noch nicht mehr irgendwas entfernen. Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, schreibt uns doch allgemein mal eure Meinung zu den Formaten in die Kommentare. Und wir hoffen, wir sehen uns bei einem von unseren nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja moin. Bist Brook breadth. Also, wir gucken uns mal weiter. Soh, es wird deine Rönig wird drauf. Oder ihr habt einen I can't focus